In einem SUV wie diesem Jeep kommen Sie auf jedem Gelände sehr gut zurecht. Ein Dieselmotor und eine Automatik sorgen dafür, dass Sie mit diesem SUV gut vorankommen. Das geräumige Interieur bietet fünf Personen den Komfort von einem Navigationssystem, einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik. Zur Ausstattung dieses Autos gehören ebenfalls ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Untertitelung des ZDF, 2020